Los hin! Mika. Worauf wartet sie? Sie wird wach werden. Wie läuft's denn eigentlich mit deinem Sozialpraktikum? Ari ist eine Gefahr für sich und andere. Sie braucht eine Therapie. Stopp! Glaubst du, ein bisschen Pferdekuscheln verändert jemanden? Zieh sich, Mika. Mann! Du fährst wie der letzte Henker! Okay, vielleicht ist sie doch ein bisschen wie Mika. Wo ist der Ari? Hat sie schon gefressen? Ähm, sie denkt, ich bin ein Pferd. Und? Wer bist du? Ähm, ich bin Sams Cousine. Herzlich willkommen auf Kaltenbach. Mika kann nicht aufwachen, weil's Oswin schlecht geht? Und Oswin frisst nicht, weil Mika nicht aufwacht? Jetzt müssen wir einen Ersatz für Mika finden, denn es gibt keinen Ersatz für Mika. Abendbrot? Wer bist denn du? Ich bin Sams Cousine. Und wer sind Sie? Sams Großvater. Oh. Pferde reagieren auf Energie, wenn du sie kontrollieren kannst. Können Sie mir das beibringen? Ostwind hat viel von seiner Graf verloren. Deswegen frisst er nicht. Aber er frisst doch. Er ist in Gefahr. Reite ihn. Dann hilfst du uns beiden. Erst im Pferd findet der Krieger sein Gegenüber. Du bist nicht wie sie. Sie ist nicht wie du. Aber zusammen seid ihr ein Ganzes.